Hallo Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz. Wir sind hier im Container mit Team Plasma und ich glaube wir sind in dem 30. Part, mein ich mich nicht irre, ja der 30. ist es und wir beginnen mal ganz rechts. Ohlala, ich gehöre durchaus zu den stärkeren Team Plasma, nur damit du Bescheid weißt. Ja, 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 ja. Du hast trotzdem keine Chance und die Maus ist im Weg. Muss kurz was trinken hier. Ja, schön, Realm of the Mad God spielst du, schön für dich. So, Garnoby, Level 23. Du bist wirklich sehr stark, ohne Witz. Ohne Witz, du bist sehr stark. Hm. Hm. That's not funny, man. Yeah. Guck mal da. Keine Ahnung, was das ist, aber ich nehme mal Hardy. Mal schauen, was Kugmala schon wieder ist. Ah. Hardy, mach mal Unheilböen. Ey. Sag mal. Hast du einen an der Waffel? Hm. Sehr effektiv sogar. Hardy ist aufgewacht und es hat keine Wirkung. Gronkh. Gronkh. Du darfst dran gehen. Ja, jetzt kommst du noch mit Confus Strahl. Was soll denn das? Ah. Komm, Doppelkick und er ist weg. Ah, nein. Ja, 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 ja. Super Zahn. Was denn das, ey? Bitteschön, nur ein Kick hat da ausgereicht. Du bist halt einfach schlecht. Tja. So, wie ich verkallte Zitterer waren, an einem Sieg irgendwie nicht zu denken. Ja, schön. Äh. Super Trank. Die Kay bekommt einen. Und Gronkh bekommt einen. So. Dann. Die Kay, du darfst weggehen und Hardy darf jetzt rangehen. Ja, jeder von euch ist der Stärkste in Team Plasma. Ich brauche noch einen Schluck Eis, ey. Unratütox. Ich finde dieses Pokémon sau hässlich. Hässlicher als Terribug. Unratütox hortet. Und was? Ach so, er war dran. Ich dachte schon, was hat da jetzt irgendwie mein Zeugs absorbiert oder sowas? Was ist ein Horten? Verteidigung steigt. Spezialverteidigung steigt. Nützt da eh nix. Zack. Schon fertig. Du bist sehr stark. Seltsam. Irgendwie bin ich auch immer so müde. Ja. Ich geh definitiv für den Stärkeren in Team Plasma. Nur damit du Bescheid weißt. Ja. Alle sind stark. Jeder ist der Stärkste bei euch. Habt verstanden. Cleopatra. Cleopatra. Ja, du verdienst. Unheilböen. Hey. Ach, jawoll. Dann mach mal Ehrlicht. Ihhh. Hier, du kannst jetzt ein bisschen brennen, du dumme Kuh. So. Und ich wechsle mal zu Gronkh. Ach, nein. Tschüss, Hadi. Hadi ist sowieso nicht so ein starkes Pokémon. Den muss ich dann rausnehmen, wenn wir hier fertig sind. So, Fußtritt. Zack. Und tschüss. Ihhh. 800 EP, das ist schön. Ihhh. Ihhh. Gerade als wir uns in der Nacht vor der Container versammelt hat, nur mal die gestohlenen Pokémon zusammen zu schaffen, auch die der Verzeigendeckte und der Aktionen an Ende gesetzt. Ist das eine Frau? Das sind alles Frauen oder was? Ah, nee, das ist ein Mann. Ich gehöre sehr wohl zu den stärkenden Teamplatz, aber nur damit du Bescheid weißt. Also ich hoffe, es ist ein Mann. Äh, es ist ein Mann, ja. Ja, schön, ey. Alter, die kommen alle online ins Team jetzt. Äh. Guck mal da. Ja, komm, keine Chance hier. Doppelkick und tschüss. Zack. Ich brauche nicht, Mann. Doppelkick. Und Leveler. Ab. Gong erreicht, Level 21. Zurückhex. Du kannst gleich mal weiterkämpfen hier. Und noch ein Doppelkick. Und tschüss. So schnell wie du gekommen bist, so schnell kannst du auch wieder gehen. Tja. Die Pokémon, die mit den Menschen kooperieren, machen nach außen hin zwar einen Vergnügen, Eindruck, doch in Wahrheit leiden sie. Daran beschöpfe mich keinen Zweifel. Was das? Ai, 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 hallo. Sieh eine Hand. Da habt ihr euch aber ein kühles Artional Verstecker ausgesucht. Also dann, Männer. Schnappt euch diese Pokémon-Diebe. Alles klar. Ja, jetzt alter Schwede. Jetzt kommt doch nicht jemand online, verdammte Scheiße da. Den, den lösche ich aus Skype. Äh, Steam. Puh. Das ist ein Pokéball. Das ist meiner. Respekt, ihr seid ja gar nicht mal so schlecht. Also gut, versprochen, ihr ist versprochen. Kommen wir in meine Arena und schreibt euch dort eine Herausforderung. Ich habe für die Ziele von Team Plasma überhaupt kein Verständnis. Was für eine Schnapsidee, die Menschen und die Pokémon voneinander zu trennen. Das lief im Grunde darauf hinaus, dass die Pokémon von uns auf dieser Welt nicht mehr existieren würden. Was sind diese Kerle von Team Plasma nur für ein lästiger Bonnetterhaufen? Komm, Akoyaku, jetzt ist es so kalt. Lass uns lieber nach draußen gehen. Nein. Ich nehme zuerst das. Ewiges Eis. Was zur Hölle ist denn ewiges Eis? Ein Item zum Tragen. Ein Stück Eis, das Hitzefernhält und Attacken von Typ Eis verstärkt. Nur habe ich nichts mit Typ Eis. So, trotzdem gehen wir jetzt mal raus hier. Zacki, zacki hier. Und hopp. Pokémon Center. Ah, wo ist denn das schon wieder? Hier. Perfekt die Tür getroffen, oder? Wir haben eine Pokémon und zwar kostenlos. Oh yeah, Bitch. Bitchy, bitchy, bitch. Dankeschön. Nein, ich komme nicht bald wieder. So, lieber Hardy. Tschüss. Ich kann dich nicht brauchen in meinem Team. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich nehme. Ich nehme. Ich nehme. Saratza. Debbie Tor. Saratza. Saratza ist gut. Ist Level 30 noch, oder? Wie ich das gesehen habe, ist auch noch 30. Ja, dann kannst du hier gleich an den Start kommen. Und ich suche jetzt die Arena. Hier. Ach, die Scheiße. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Turner, ich gehöre zu Team Blasmon und melden mich. Jukiss, oder irgend so. Ich bin hier, um meine Kameraden in Empfang zu nehmen, um die ihr euch ja so freundlich gekümmert habt. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Dein Dank kannst du dir sparen. Deine sogenannten Kameraden wurden dabei erwischt, wie sie Pokémon erführen wollten. Oh, das muss aber ein Missverständnis vorliegen. Wir haben es uns lediglich zur Aufgabe gemacht, Pokémon aus den Fängen böser Menschen zu befreien. Na, wenn das mal stimmt. Meine Ausdrucksweise ist zwar manchmal etwas zu direkt, aber ich bin eben ein ehrlicher Typ. Du dagegen drückst dich zwar gewählt aus, machst aber ansonsten einen recht dubiosen Eindruck auf mich. Also, was willst du mir sagen? Wir von Team Blasmon haben noch haltiges Interesse an Maria City. Daher sind wir hier auch mit vielen unserer Leute vertreten. Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber dass du sogar ohne zu kämpfen als Tiger hervorgehst, solltest du schon für irgendetwas gut sein. Hm, also schön. Nimm da das und verschwinde von hier. Eine wahrhaft weise Entscheidung, Chef des Untergrundes. Deine Gabe, eine Situation binnen weniger Minuten richtig einzuschätzen, beeindruckt mich wirklich sehr. Wohlan, es ist an der Zeit, mich zu empfehlen. Gestattet, dass ich mich nun mit meinen Kameraden zurückziehe. Vielen Dank, Werther. Tschüss. Aber, aber, mein Guter. Schließlich arbeiten wir zusammen für den König und gehören beide zu den sieben Weißen. So seid wir nicht. Nun dann, ihr guten Leute, eines Tages sollten wir einander gewiss wieder begegnen. Gehabt euch wohl und der Friede sei mit euch. Tut mir leid, dass es so gekommen ist, besonders nachdem ihr die Kerle aufgespürt habt. Erholen euch jetzt mal von dem Schock, aber vielleicht starten wir danach doch noch unseren geplanten Pokémon-Kampf. Lass mich nicht zu lange warten, hört ihr? Nun, wir haben sowieso versucht, Kämpfe mitten in der Stadt zu vermeiden. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass hinter diesen Juggies mir schreckt, als er auf den ersten Blick scheint. Also ich werde mich dann mal, ich werde dann mal zusehen, dass ich meine Pokémon noch ein wenig traniere. Gegen diesen Turner will ich nämlich auf keinen Fall verlieren. Pah, im Gegenteil, ich werde mir meinen Orden mit Bravour holen. Ich auch. So, du kannst mir noch eine Tafel Wasser geben. Dankeschön. Und, ey. Boden-Pokémon. Typ Wasser. Gut, ich habe eh nur, äh. Eh nur Zwo-Tronin mit Wasserattacken. So, mein Freund. Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün. Ich habe vergessen, den Text zu lesen. Membrana. Oh, ja, gut. Ordentliches Level haben sie hier. Sarazza, mach mal einen Windschnitz. Das macht ja viel Damage. Lehmbrühe. Oh, nein. Noch einer und das sollte. Nee, das reicht nicht. Sehr schön abgewehrt. Konfusion. Und tschüss. Rotomorph. Kids. Motronin. Jetzt darfst du mal ein bisschen kämpfen hier. So. Nein, nicht Zerschneider. Ach, du Heiliger. Gut, das macht sehr viel Damage. Aquawelle. Und tschüss, Rotomorph. Yeah, 400 dp. Yeah. Und jetzt. Achso, das ist nach oben, verdammt. Na, hoppala. Kann der nach oben? Dieser Aufzug fährt nicht weiter nach oben als hierher. So, wie ich diese beiden da erwische. Äh, so, oder? Jawohl. Hallo, Freundchen. Wenn ich mit dem Lifter rumfahre, hebt sich meine Stimmung und fahre ich mit ihm nach unten. Sinkt sie in den Keller. Wenn du wissen willst, warum Turner ganz unten ist, musst du gegen mich gewinnen. Ah, ganz unten ist der Typ. Ach, du Scheiße. Gar nur will. Level 28 sind sie hier alle. Ich will endlich die VM fliegen haben. So, Windstoß. Und Bäm. Angeberei, hallo? Verwirrt bin ich jetzt. So, mach mal Windschnitt. Das klappt schon. Scheiße. Scheiße. Ah. Willst du mich da verarschen? Du weißt, das sitzt nicht dein Ernst, oder? Ah. Saraza, du brauchst doch ein Level Up. Ein Zerschneider reicht. Nicht. Ja gut, er macht Item-Sperre, das nützt ihm eh nix. Jo. So, Rotomorph. Weiter kämpfen. Aquarelle. Yeah. Tschüss. Erhöhte Volltreffer-Code und erhöhter Schaden bei 2 Tronien, dank den Items. Yeah. So, komme ich hier rüber? Ne, natürlich nicht. Ah, so, 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 so. Äh, 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 was? Ja, lol. Na gut, dann gehen wir nach unten. So, hier können wir balancieren. Ja. Hey. 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 Hallöchen. Ich wende mich dem Pokémon-Team zu und wir vermitteln uns gegenseitig unsere Stimmung. Mama, verbringe ich meine Zeit hier in der Arena auf diese Art. Hier, schön für dich. Interessiert mich aber nicht. Rockheiman. Oh. Hübsche Entwicklung hat da Garnoville. Decay. Kopfnuss. Hey. Hey, 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 hey. So viel Damage darfst du nicht machen. So, Feuerzahn. Ja, item-sperre nützt ja nix. Weil I've got the level up. Ne, ne, äh, da, 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 da. The win. Not the level up, man. So, dann geh mal nach oben. Fährt natürlich nicht nach oben. War ja klar. So, dann kannst du mit mir nach oben gehen. Ah. Ah, ja, jetzt komme ich hier zu der Ollen. Schrumpel. Dame. Natürlich bin ich würdig. Sonst wäre ich nicht hier, Lady. Rotomorph. Haben ja alle die gleiche Scheiße. So, komm, Kopfnuss. Hey. Ja, natürlich wärst du die Attacke ab. Ja, gut. Rotoronin. Zack, zack, muss das gehen hier. Schlitzer. Das nützt da nix. Ich hab eine Aquawelle. Durum. Yeah, baby. Yeah, baby. So, ja, ja, frustrierend, ne? So. Hier ist der Trank. Super Trank. Ein für die Kay. Und keinen für Svortronin. So, gehen wir wieder nach unten. Hey. Alter Vater, bin ich jetzt bei Turner. Ich will nicht zu Turner. Komm nach oben hier. Will jeden Trainer besiegen. So ein Schäsendreck, ey. So ein Schäsendreck. So, nach unten. Komm, zack, zack, muss das gehen hier. Ah, das waren schon alle. Das waren schon alle? Haller Schwede, da ging ja schnell, hast du... Ja, gut, es muss ja auch nicht so viele Trainer haben in der Arena. Ich würde sagen, wir erfordern den lieben Turner noch heraus in diesem Part. Also, ich bin da mal so freuen, du werde mich selbst von deinem Fähigkeiten überzeugen, nachdem Arena-Leiterin Kamilla ja solch ein Gefallen an dir gefunden hat. Oh, yeah. Turner. Come on, baby. Rokai-Mann. Okay, Level 29. Decay, no problem for you, oder? Ach, du Scheiße. Ja. Kein Problem für dich zu sterben, oder? Angriff von Rokai-Mann steigt. Svortronin, da muss eine Kalkklinge her. Du bist schneller. Scheiße. Oh. Was? Ach, du heilige Scheiße. Ähm, wir wechseln mal. Wir hatten am meisten HP Gronkh. So, lieber Gronkh. Ach, du heilige Scheiße, das ist nicht dein Ernst, oder? Äh, Hyperdrank. Für Svortronin. Klauenwetzer. Was machst du da? Angriff steigen. Oh, nein. Du bist ja eh schon Level 31, Kollege. Okay, Konter. Nee. Das geht ja mal gar nicht hier. Der macht mich in einem Schlag kaputt. Wie viel mal willst du die Kacken noch machen, Junge? Ich warte hier auf den Konter. Okay, Doppelkick. Und genau jetzt, ja, mach da einen Steinnagel. Das war ja klar. Oh. Sehr effektiv. Hoppla, so kämpfst du also. Ja, mit einem Konter. Ach, Kollege, du kannst mich doch mal fett an den Eier lecken. Jetzt mach mal was. Genau, Schlitzer. Ach, du Scheiße. Okay, Svortronin, du musst das überleben, Kollege. Hätte ich doch nur den verdammten Doppelgag gemacht. Oh, nein. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Was ist denn das für ein Schäsendreck? Ach, du heilige Scheiße. Zurückgeschreckt bei einem Steinnagel. Natürlich. Natürlich. Wer schreckt schon bei einem Steinnagel zurück? Hallo? So, Windschnitt. Du bist schneller, du Hurensohn, ey. Ja, der one-hitted alles. Alles one-hitted der. Ja, jetzt muss ich dem noch 1488 Dollar geben. Sag mal, hast du einen Anna Waffel? Du bist doch echt bekloppt. Was willst du von mir Geld? Du bist doch eh schon Arena Leiter. Nein, nein, ich will meine Pokémon verdammt nochmal nicht heilen. Verstanden? Heilige Scheiße, ey. Jetzt muss ich mal hier noch kurz was ändern. Ja, auf wessen PC denn? Sacha, Bram. Bram. Tschüss. Nee. Sacha, tschüss. Und jetzt nehmen wir... Nee, nicht ablegen, verdammte Kacke. Mitnehmen. Sui. So. So, wir gehen mal... Äh, laufen mal wieder zur Arena. Schöner Fail hier. So. Und runter. Warte, da ist ein Anzugtyp. Anzugtyp, hallo. Gegen den habe ich nicht gekämpft. Wir kämpfen gegen den. Nein. Verdammt. Hallo. Ja, hier. Geh doch. Obwohl, ich wollte eigentlich den Park beenden. Aber das sollte wahrscheinlich nicht allzu lange dauern hier. Ein Angestellter unter den vielen Bauarbeitern. DK. Du darfst dran. Ja, Bedroher. Kopfnuss und dann ist gut. Ey. Ja, dann halt noch ein Feuerzahn, wenn es sein muss. Item-Sperre nützt. Da eh nix, Kollege. Du hast verloren. Ziki-Zaki-Zack. Ah, du hast noch was. Membrana. Na gut. Sui, mach du mal mit deiner 102 KP hier. Hast du bald ein Level-Up, ne? Membrana. Äh, mach mal einen Fuß-Kick. Ey. Ach, du Scheiße. Weckruf. Ja, ja, ja. Nein, das ist nicht dein Ernst. Ach, du heilige Scheiße. Warum musstest du die Kacke überleben? Noch was. Garno will. Na gut. Swodronin. Mach ein Level-Up. Tu mir den Gefallen. Mach ein Level-Up, wenn es geht. Ja, das gibt eins. Das gibt eins. Ja, dein Bedroher kannst du in den Arsch schieben, du Scheiß-Angestellter hier. Leck mich fett am Pimmel. Oh ja. Da-da-da-da. Level 32. So, entwickle dich. Verdammt. Okay, noch ein paar Supertränke hier. Ne, lieber das Tafelwasser. Zuerst der Tafelwasser verbrauchen. Sui? Bitteschön. So, wir sehen uns morgen wieder. Dankeschön. Ne, wir gehen noch schnell runter. Den hier müssen wir jetzt nehmen. Dann kommen wir zu der ollen Dame hier nach oben. Und jetzt können wir nach unten gehen. Ne, 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 ne. Warum buddelst du dich so weit nach unten, Kollege? Nur wegen diesem Stein da. So, wir sehen uns morgen wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Äh, Zusehen, ja, Zusehen. Danke fürs Zusehen. Adios, bis morgen. Tschüss.